Dann Tauto wieder hier und willkommen zurück bei, ähm, Pellettins. Okay. Mit Dalu, Shigo, Nathie und Kuntran. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hat einer im Kopf wieviel Fernando standardmäßig an AP hat? 0,5 Sekunden. Weil ich hab jetzt 6700 AP. What the fuck? Weil ich die 100% AP gerade habe. Let the battle begin. I'll show you the meaning of haste. Dann haust du wahrscheinlich 3K nochmal. Theoretisch ja dann genau die Hälfte, ne? Ja, theoretisch, genau. Theoristisch gesehen, ja. Oh, man. Irgendwas reitet an uns vorbei. Ich bin grad erst auf den Zwerg und so. Hinter uns, Roboter. Hinter uns auch. Oh, was war's? Wir assassin waren hinter uns. Hinter uns ist hier der Bogenschütze. Oh, ich hab sie gekriegt. Oh mein Gott. Sie kriegen mich nicht dauernd. Wie gut das ist einfach. Sie kriegen mich nicht dauernd. Vom Bogenschütze fast tot, Shigo. Nefi Bogenschütze. Wo denn? Rechts. Also rechts daaus. Inzwischen den beiden Rollen. Hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn. Oh Gott. War mir erschrocken, ey. Braucht ihr ihn? Nicht weggehen. I need some help here, boys. Right on the point. Zwerg ist wieder abgehauen. Ja, der ist auch dauernd. Aber wir catchen gerade munter. Ähm. Assassini, Leute. Warum? Warte ich. Ah, ich bin gefangen. Achso, in der Wand. Oh mein Gott. Du willst doch nicht. Zwerg ist down. Viel Puppern. Schurke down gleich, Schurke down. Zwei damage, die da schon tot. Roboter war low HP. Wir können den Capture. Ich hab schon nicht durch. Links der Tank ist da. Oh nein, der. Alter, die Käse, die oder wie die heiße. Ich heißt richtig krass. Weite Käse, jawoll. Ich hab dich gebacken. Okay. Roboter hat, ist immer noch low HP. Boom. Boom! Hab sie vom Mount geschossen. Ich geh mit dem Ding ins Mid. Ja! Erwischt, ja. Sehr gut. Willst du den Heal inlöcheln? Ist zu spät. Nee, behalte, behalte. Nee, ist zu spät. Achso, du hast ihn gefahren. Ich hab ihn nur eingesammelt, dass ich kein Gegner... ...eventuell einsammeln kann. Lass ihn hier liegen! Lass ihn hier liegen! Oh, sorry, ich brauchte Sinn. Ich werde was tun. Ich komm, komm, komm. Hier, hier. Heal trotzdem. Wir bleiben und schießen, schießen, schießen. Drauf, drauf, drauf! Ja, ich mach's. Weiter, 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 weiter! Da hab ich schon. An enemy has been slayed. Enemy double kill. Scheiße! Höher, gut. Sonst, jetzt müsste es ein bisschen wie Gura, ähm, Maxmar... äh, normal hat. Kreatisch? Schon. An ally has been slayed. An ally has been slayed. Ich hab ein, also meine Karten jetzt ist, die erste ist Legendary, die zweite ist epic. 3800. Ja, stimmt. Ich hatte echt... Ja, und die Karte hat nur... ...90 Sekunden, äh... Ja, ja. Ja, nur. Aber nur nach Respawn. Das heißt, erste Mal Capture und erst mal gar nicht aktiv. Hm. Ja, doch, die war gerade aktiv. Na klar, beim Spawn ist sie aktiv. Wenn du jetzt neu spawnst, hast du erst 90 Sekunden cooldown. Ja, jetzt, ja. Ja, genau. Das heißt, ab jetzt, wenn wir immerhin bekämpfen, ist die nicht aktiv. Ja, das zählt für jetzt, meine ich. Also... Ja, die... Komm, wir haben jetzt die Schurken um, danach müssen wir den Spot holen. Oh shit. Shit, die ist durch. 89. Pfff, Alter, die waren alle drauf. Ne, so viel, viel. Ja, aber nur vier ist mir auch egal. Aber zu viele zumindest, dass ich einen Einsatz ausrichten kann. Weiße. Ich sehe deine Karten nicht, aber die ist immer noch nicht ab, ne? Meine? Ja. An enemy has been slaved. An ally has been slaved. Wenn du dich halt jetzt strategisch nicht irgendwie zu content hast, dann wird sie auch nie wieder ab sein. Ne, die sind die Kleder immer gehalten. Ne, die sind der Kleder und der geht weiter. Ich hab jetzt immer noch 80 Kleder. Also wenn ich jetzt wieder komm, hab ich's. Drei, zwei, eins. Und ich hab's jetzt. 7000, okay. Aufs Gate. Ich komm jetzt, ich komm jetzt, ich komm jetzt. Nein, der hat mich ausgespürt. Das ist sauer. Der hat die Wand genau so gedreht. So, warte, ich stell mich vor, die. Ich hab so viel Damage dahinten gemacht. Da sind voll viele low. Ja, ich krieg grad zu viel ab. Der Roboter ist down. Der dicke Tank. Ah, die. Das ist ihnen hinter mir. Der Zwerg. Boah! Der hat dieses. Rechts, 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 rechts. Lass euch jetzt nicht unnötig töten. Der ärgerlich ist jetzt abhauen, aber. Ah, schon wieder. Ich hab jetzt schon meine dritte Karte. Ist das bei euch ja? Ich bin auch schon bei 3, ja. Ich bin bei 2. Alter. Ist hier bei uns. Oh, ja, ich komm schnell. Ich bin so schnell wie möglich. Ist down einer. Ich glaub, Dalo mag die Gruppenschütze. 2 down. Ich komm jetzt mit dem Schild. Ich stell euch mit dem Toten hin. Einfach da in die Gruppe dahinten schießen damit. Hier, knockback. Er kommt reingesprungen. Weiter auf den. Roboter kommt. Falsche Taste. Oh Gott. Der haut wieder ab. Oh, ne. Er ist über uns. Mein Schild ist down. Ich hab cool da noch Schild. Ich hab da einen geholt. Aber die hauen ab. Guck mal, wir leben. Den schaffen wir. Den kriegen wir. Ja. Leute, ich bring den Pass. Ich hab ein Problem. Ne, ist der Siege. Oh, die rollt aber noch, ey. Oh shit. Oh nein. Hinter uns war... Ah, das ist der scheiß Siege jetzt, weil alle tot sind. Daniel, du bist alleine verloren. Ich bin bei Dalo gespawnt. Ich auch. Ja, weil die Siege-Fans spawnen wir da. Wir müssen nur zur Siege kommen. Ja, ich... Die Giftbombe von der Bogenschützung ist gemein. Ja, da kann ich nicht rein. Ne, ich schau mal nicht mehr. Die hat keine. Die Bogenschützung selbst hat keine Giftbombe. Wann das für ne krasse Bombe dann? War das... Haben die ne D-Bits? Die haben die D-Assassinen. Ja, mit den Giftprojektilen. Ist ja einfach nur... Aber ich hab jetzt wieder die 7500 HP. Ja. Obwohl ich gestorben war. Weil du die davor auf cooldown hattest. Ne, ne. So schnell war das ja nicht. Ich hatte ja den Griff gestorben. Bei mir hier, die Unsicht... Alter, Riesenradius auf die Bombe. Ja, ja, genau. Wow. Die Ärger sind ein bisschen fischig. Ich muss das Heal-Ding kriegen. Oh, nice. Nach links. Okay, Ricochet habe ich. Wenn ich einen treffe, treffe ich zwei Gegner, wenn er daneben steht. Am 15 habe ich meine Assetbombe wieder. Die ist gut, die Assetbombe. Kommt ihr da... Seid ihr Heal? Ja, ich komm. Ich mach den Roboter jetzt gleich von hinten fertig. Der muss zum Spot. Ich bin down. Warte, ich komm gleich. Die Bombschützen down. Bei Tautor, der schießt in den Rücken. Ja. Ich hab den Zack noch gekriegt. Die Bombschützen. Der ist jetzt auch down. Hier gibt's eine Bombe. Ja, eins. Wunderbar. Oh, ich geh noch down. Oh. Ja, 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 ja. Wuh. Nice. Okay, der war gut. Ja. 100 Meter brauchen die Gegner noch. Also die ersten sind jetzt gleich da. Das kriegen wir. Hier sind viele im Spot. Was? Rechts kommen sie. Hinter den Dings bleiben alles. In der Nähe von den Dings. Oh Gott, hinter uns die Assassine. 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 Ja, lass uns nicht von der Ablenkung kommen. Ne, Ablenkung nicht. Aber Töten ist wichtig. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wen töte. Feiße, die Wand war gut. Ne, er ist es. Bombe ist jetzt schon wieder lange. Ja, das Sporting ist vielleicht schon down. Egal, es gab damage. Ja. So, ich hab ein Schild hinter mir. Das Tor? Ach ne, das Tor haben wir nicht mal down angepasst. So angepasst haben wir es. Haha, Sneaky Bombe. Rechts. Assassine sind hier draußen. Darf ich rauskauiid? Oh! Oh. Schütze, ich hab gemischt. Oh. Oh, der Roboter kriegt mich nicht durch. Oh Gott, scheiß, aber der Hesker. Von dem Leben mehr. Von dem Leben viel mehr. Einderst hoch. Ohhhh. Ich hab einen Scheiß schon wieder ready. Ja dann haut rein. Rechte Seite. Die sind schlecht. Nicht nach links runter, nach rechts einfach. Ja. Boah! Hahaha! Tag haben wir geschossen! Eilt euch, die ersten Gegner kommen! IP Stronger! Nein! Jetzt macht das SSI! Oh Gott! Was war das denn für ein Fail? Komm mit nem Schild! Einen hab ich! Zwei! Alle drauf! Der Bogenschütze kommt von da vorne! Hab ich! Alle drauf! Gut, die kommen nicht! Der kommt auf jeden Fall ready! Das ist ein bisschen der Sieg! Okay! Die kommen von der Base! Komm mit! Die Bogenschütze! Den Schugnass! Das reicht! Alter, wie die Schüsse nicht treffen! Verarschen! Erwischt! Gut! Block alles! Oh Gott! Ich darf nicht da umgehen! Und sie werden frisky! Ich hab den Zweck umgebracht! Der mit der Mauer ist tot! Die Mauer! Oben drauf steht der Bogenschütze! Ah ja! Der Bogenschütze! Der Bogenschütze! Boah! Und dann bekommst! Kirst du da los! Kirst du da los! Kirst du, Kirst du, Kirst du, Kirst du! Da rein! Hallo, pass nach! Die Bogenschütze! Seh ich nicht! Da! Oben, oben! Oben auf der Mauer! Ally Slay! Enemy Ramping! Ne, die geht down! Geht down! Ah, aber die Siege auch! Wir brauchen so oder so noch eine Siege! Ja! Baba will da eine gute Siege! Gucken wir die Umgebung an! Das ist eigentlich ganz nett gemacht hier zum Teil! Hier so bei dem einen Spawnpunkt, wo wir eben waren, so Läden sind! Ja! Haut doch ab, ey! Alle hier bei mir! Diego, pass auf, die sind da! Point spawning in 10 seconds! Die Echter, die wollen angreifen! Ja, die warten auch auf den! Point spawning in 5 seconds! Jetzt kannst du Mitte oder links sein! Capture Point has spawned! Hier bei mir! In der Mitte, ja! Alle da! Ne, sind nur 4 rechts! Die Schurken hab ich, die Schurken hab ich schon gesehen! Die Bogenschützen hol ich mir! Leider von nem Tank verfolgt! Das ist nicht gut! Der macht mich! Ich hab zwei gemacht! Tank hat mich! Der Roboter kommt zurück jetzt zum Spot! Da wo wir waren! Ab ja! Chauder ist gleich tot! Ja! Ich war in der Falle! Das war mein Bruder! Scheiße! Er war links von mir! Die Bogenschützen! Rechts von mir! Die Assassinen! Assassinen hinter uns! Oh Gott! We need it, friends! Oh, nice! Ah, ich bin! Mein! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Dann bin ich nicht so weit zurück! Ne, ich wollte nur noch hoch! Ich halte ihn von hinten mal weg! So ein bisschen! Und es wieder ein Roboter oben drauf! Ja, der ist hoch! auf mich. Leute, das Ding hat immer noch 50% Leben. Da kommen sie durch. So, der hat seine eigene Wand, die Wand kaputt. Mhm. Damage auf das Teil. Nee, das Schaffende locker. Komm schon, komm schon. Oh, Alter. Berg. Jetzt müsstet ihr auf jeden Fall alle Level 5 sein, ne? Boah, jetzt spawn ich endlich mal mit meiner Essence, glaube ich. Puh. Ich hab jetzt auch 8000 HP, also ich kann jetzt... Komm, Alter, erstmal keinen Mount. Wenn wir denen vielleicht den Respawn versauen können. Ich hab'n Kette gekickt. Dann... Naja, bitte. Nein, dann wird er auch so rein. Oh mein... Mein Handy. Alles klar. Das ist laut. Und das geht ewig. Anstatt du... Kickst doch weg! Ja, ging nicht. Warum noch? Ah! Gegners. Ich bin da. Okay, okay. Achtung, die bauen sich danach auf. Da oben Bogenschütze und so'n Quatsch. Der Zwerg ist da und das ist... Ja, von hinten! A Tank geht dann auf, down! Nicht so down! Die Diebin, die Diebin, die Diebin! Wo ist sie? Hins aus. Ich bin down. Hast du taus aus, sehr gut. Hins aus. Und die haut alle grad weg. Ja, aber nicht mit den Schildern. Guck mal, geh auch mal mit drauf. Dann geht schneller. Bevor die re-stormt. Yes! Voll gefressen! Hinter euch, Bank! Hinter euch! Komm schon, wir müssen das hinkriegen! Ihr Bogenschütze, schießt euch wieder in den Rücken jetzt! Ja! Ja, ich bin levelend am Rücken. Ich kann nicht mehr aufleveln. Ich kann keine Karten mehr picken. Nee, 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 nee. Ach Gott, hier hinten ist aber noch... Ach, der mit seiner scheiß Mauer. Ich bin gleich da. Nee, ich werde es... Das ist die Diebin? Ja, weg damit. Wo ist sie hin? Unsichtbar... Ich kann sie treffen, wenn sie unsichtbar ist. Ja, schon. Aber mit nem Bogen so gut wie möglich. Ja. Da hin zu uns. Ich find's ja... An enemy has been slayed. Mein... Los mit! Okay. Alles gut. Mitgehend. Ich bin da und der Zwerg da ist fast tot. Komm, 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 komm! Mach die Bullshit! Komm schon! Aufs Tor! Ah, ich geh aufs Tor! Ah, ich geh aufs Tor! Das reicht nicht, das reicht nicht! Komm schon! Das reicht! Das reicht! Ich hab's auch grad kaputt gegangen. Wuhu! Wuhu! Thank you! Uffts! Gross! Will ich die G machen? Puh! Das war Kiste! Giste! Hey, ich bin jetzt direkt ausgeschmissen worden. Haladin-Excel funktioniert nicht mehr. Keine Kiste für Nephi! Hey! Aber für mich... Ich hab noch einen Dialog. 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 Die grüne Karte immer. Na ja. Hi. Hi. Ja, ich hab eine Einleitung gemacht, oder? Jaaa. So, das war's wieder mit einer schönen Runde Palatins. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Schaut bei den anderen vorbei. Und wir sehen uns. Tschau! Tschüss! Und tschüss!